Hi Leute, grüß euch. Heute habe ich wieder ein volles Double Feature vor für euch. Wollen wir uns schnell drücken auf Ausspielung. Und zwar eine Spiele mit M und zwar einmal in Magic Tree, bekannt. Und der Mysterious Map habe ich noch nie gezeigt. Ich bin heute gespannt. Da spielen wir 90 Cent, hier schon über 80 Cent. Kennt ja meine Lieblingsbeträge. Überall schön was auf der Uhr. Hoffen wir auf Free Games. Ab geht's. Mysterious Map habe ich noch nie gesehen. Spiele, die ich alle nicht kenne. Oh, da sind wir schon in Free Games, oder? Mysterious Map, oder nicht? Na doch, oder? Ja, schön. Na ja, spannend was das gibt. Ich habe nie gesehen. Jede Karte gibt Gewinn oder Multiplikator. Ok, drauf schauen wir doch mal. Schön. War auch schön, ne? Ja, genau. Ja, gewinnisch? Jetzt werden wir da nochmal eine Karte, dass wir nochmal einen Vergleich haben. Wäre schön, aber überlassen wir noch ein bisschen laufen. Dann haben wir nochmal einen. Gewinn, kein Multiplikator. Na ja, aber wir haben es mal gesehen, das ist doch ganz nett. Ja, das war nicht, ne? Nein, schauen wir noch ein bisschen. Schade. Schade, schade. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020